zu viele agendas wie zu viele agendas du meinst er hat mal youtube noch nicht durchgeguckt im stream da lagen frische möhren ok 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 ist das blut hey owen Oh mein Gott, verdammt. Tommi ist gerade eingefroren in der Gegenwart. Tommi ist eingefroren in der Gegenwart, genauso wie Ellie. Der Story-Strang ist gerade unholt. Achso. Hey, bist du da drin? Ne, das war nicht mein Rucksack. Also auch nicht der von Ellie. Ellie hat einen anderen Rucksack. Na klar. Owen? Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um sie in Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und... Ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen... Sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war... Reit. Hab ne Menges Gas getötet. Und ähm... Dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. Also greife ich sie und... Erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bringe das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Moinsen, Maria. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihre eigenen Scheiß... Abby. Sie foltern, bis sie in ihre Scheiß... In. Hallo Vergangenheit Oh Diese verdammten Kinder. Scheiße. Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Verdammt, was mache ich hier? Da sind dreckige Skars. Question of the day. Was mache ich hier? Nicht fallen. Okay. Das stimmt, Cedro. Detail mit Abby ist wirklich nicht verkehrt. Fuck. Es war die Abtrünnige. Wenigstens weiß ich, dass er lebt. Dieses Kind ist abscheulich. Nicht entkommen lassen! Die Grafik ist ja echt gut. Aber der Rest. Huh. Aber wir haben zwei Schuss. Zwei. Wir haben nichts zum Grafen und haben zwei Schuss. Okay. Hey, Jota. Dankeschön für 20. Ich habe gehört. Sie verweigert Nahrung und Wasser und Huse. Arme Frau. Sie hat sie erzogen. Sie hat sie gut erzogen. Manche Kinder sind von Geburt an verflucht. Jetzt gehen wir. Dann reden wir. Hab Sichtkontakt! Ich kann das, das, das Game pflegen. Hier! Nicht alle kommen lassen! Oh, 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 oh. Ja, ich habe schon eine Menge getrunken heute. Ja, ja, ja. Alles gut. Ich habe zwei Schuss und fucking Ziegel. Noch mal! Nicht entkommen lassen! Lass uns! Lass uns los! ist wirklich das ist ein hinterhalt ich glaube das kommt von da suchen wir alles ab da draußen ist jemand es ist Scheiße, Mann. Scheiße, Mann! ich nehme die probleme und schieben sie woanders wo kommen denn die fünf schuss her ich hoffe sie sind noch da kleiner noch da als du bitte eine andere waffe in die ich bin ach du da klar komm rein tut mir leid wie geht sie ich werde deinen arm bewegen lehn dich an mich wo bringst du sie hin was hast du vor ich gebe ihr eine chance Owen hey Owen wach auf ich bin hier das ist Gas ich brauche alles Verbandszeug was du hast lef bogen runter ist okay abby wer sind die kinder meine lebensretter kannst du sie dir ansehen bleib Alice das ist Yara wie kam das ein Hammer ich war's nicht leg sie hin spürst du das Yara nein ich wollte es säubern und versuchen der Knochen ist zerschmettert das Compartment Syndrom was heißt das das heißt dass der Arm ab muss sie ist Soldatin sie braucht ihren Arm wir können ihn nicht absterben lassen es soll nur nicht mehr wehtun bitte was brauchst du am besten eine Säge Fäden Klammern Antibiotika aber das können wir wohl vergessen wir haben Messer Feuer schneiden und ausbrennen sie stirbt an der Infektion schreib eine Liste ich gehe zum Krankenhaus und hole alles du brauchst deinen ganzen Tag ist mir egal es geht nicht um dich Abby sie kann nicht so lange warten und was ist wenn ich dich in zwei Stunden hinbringe das Wolf Krankenhaus oder auf der Westseite wie wir haben Brücken hoch oben so umgehen wie die Überschwemmung und eure Leute schafft sie zwei Stunden wahrscheinlich ja dann schreibt die Liste warte ernsthaft die Brücken gehören den Skars sie schicken immer nur kleine Trupps los hörst du kleine Trupps das ist kein Spiel Lev sie führe dich sie beschütze dich Abby Abby hey was du sind das meine Schlüssel sorry können können wir reden rede warum machst du das hey sie kam einfach her ich glaube sie weiß nichts von letzter Nacht letzte Nacht ist mir egal mir nicht welcher ich hoffe du weißt was du tust na dann los wir haben da eine einkaufsliste sind deine Freunde auch Wurfs ja wir hatten Glück dass Mel da war sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle Mel und wie heißt er der Mann Owen Mel Owen Abby und der Hund heißt Alice ich mag keine Hunde wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden die Brücke ist dort der Weg da vorne führt ins Zentrum der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses bring uns dahin dann übernehme ich bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen ja in nur ein paar Stunden ich lüge nicht okay hoch da ist es zu dem Gebäude müssen wir hey ich sehe es was ist wenn wir die Sachen für deine Freundin nicht kriegen äh sie wird die Operation mit dem machen was Owen da hat ja kann ich ins Wasser die Stromschnellen reißen einen weg ich weiß du kannst doch schwimmen oder ja aber ich werde nicht reinfallen sehr optimistisch mal sehen ob wir auf dieses Gebäude kommen du warst schon mal bei diesen Brücken oder ja meinst du wir begegnen vielen Skars Seraphiten ich weiß nicht würdest du damit klarkommen gestern ging es ja auch ja aber die haben dich gejagt die jagen uns alle tja Abby wärst du mal vor Ellie dran gewesen dann würden dich so viele Leute nicht mögen dann hätten wahrscheinlich auch noch mehr Leute Bock auf dich so sind die Leute schon satt das super 300 700 800 800 800 das Untertitelung des ZDF, 2020